Okay, lesen wir es uns mal durch. Das ist ganz merkwürdig. Das SMI berichtet von total auffälligen Wettgebaren. Während des großen März. Ganz über sehr große Wetten auf Nieten und so weiter. Gucken wir mal. Wie können wir das Ganze denn durchsuchen? Einfach nur mit dem Cursor rumfahren? Abtrünniger Agent. Spione gegen Soldaten. Das ist der Multiplayer? Das ist doch hier. Paladin ist hier. Merkwürdig. Immer für die neue Mission dann. Trinkt ein unbemerktes Haus ein. Das große Haus bittet alle Bürger nach dem Angriff von Blacklist, Amerikas Konsum, Ruhe zu bewahren. Das war der erste Angriff der Engineers auf unserem Boden. Laut CDC handelte es sich um einen biologischen Waffeneinsatz, der in Chicago und Umland über zwei Millionen Opfer gefordert hätte. Nur das schnelle Handeln einiger weniger Sportkräfte hat diesen möglicherweise größten Terrorangriff aller Zeiten auf die USA vereitelt. Holy Moly, Briefing starten. Äh, Sam? Wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Coben und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Coben hochgehen zu lassen? Reza Nuri. Kurz nachdem ich das mit Coben durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Eine Spionagesoftware? Ein Pixel-Webpile-Sender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grim. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Was? Willst du's jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich... Ich geh's... ich geh's holen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mission Starne. Risa Nuri weiß, dass du gefangen wurdest. Erhält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat er das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Äh, ich besorg die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben... ne Menge gemeinsame Freunde. Ich hab einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn's darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Termit. Hab ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Äh, auf Missionen gehen, meinte ich. Liegst du meine Ausrüstung. Und, möchtest du mir noch was sagen, Coben? Ähm, nun, ich hab vielleicht einen Freund, der für Nuris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. Liebe diese Kamerafahrt. In Nuris Bude sind Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Haftminen und Kameras. Damit kann ich dienen. Wo haben wir die Haftminen? Kontaktschocker. Das ist gut, wenn jemand vorbeiläuft. Nehmen wir mal mit. Hochgranate ist nicht so der Fall. Haftgeräusche im Mittag. Die meinte ich eigentlich. Okay. Go, go, go. Privates Anwesen. Wir haben gespannt, was wir da rausfinden. Die müssen wir auch noch verhören. Oh Gott. Hat Coben Infos ausgespuckt? Ob du's glaubst oder nicht, ja. Nuri hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Cobens Quelle nicht, wo er sich befindet. Fabelhaft. Willst du abbrechen? Nein. Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nuri hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt? Wie kriegen wir Nuri in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position. Geh zum Haupttor. Ich schicke dir die Daten aufs Offset. Ui, damit komme ich schneller runter. Okay, dann wollen wir mal. Das hier ist wirklich eine Festung. Aber Ex-Militär, mein Arsch. Das sind genau solche Handlanger wie jeder andere auch. Und so werde ich auch behandeln. Durchgeschlossen. Das Ding nicht da hängen geblieben ist. Fuck, da sind welche drin. Da ist ein Laptop drin. Hauptsache, der kommt und macht die Tür auf und ich warte dann auf ihn. Der hätte ruhig rauskommen können. Boah, er war knapp. Fast durch die Beine geschossen. Lieber erst mit der Waffe vorrücken. Gute Nacht. Früher konnten wir die immer schön gefangen nehmen. Dann haben wir ihnen diese Stellung genommen. Und dann konnten wir die immer richtig schön verhören. Heutzutage. Hm, Sam will nichts wissen. Kein Code, nichts. Einfach nur ausschalten. Und richtig brutal vorgehen. Komm schon, ich muss den damit angelockt haben. Habe ich auch. Du bist hin. Um Goblin aufzuheben. Nee, ich will keinen Goblin haben. Scheiß auf Hunde, ehrlich. Hunde sind im echten Leben ganz süß. Wir nerven die. Okay, dann haben wir. Ganz dreckig. Werd ich gleich den erledigen. Können wir nicht über die Hecke hier irgendwie so richtig hier so schön hoch? Ach so. Nee. Na, dass wir da nicht reinkommen, ist klar. Hochsicherheitstrakt. Er ist ohnmächtig. Du auch. Mal schön drehen. Ich weiß gar nicht. Die ganzen Animations sind, glaube ich, ein bisschen zufällig gestaltet. Ich weiß gar nicht, ob wir den Hund wegtragen können. Ist aber auch egal. Okay, wir müssen irgendwie eindringen. Wir haben es zwar alle erledigt. Drin sind wir aber noch nicht. In Sicherheitssystem eindringen. Ist ein bisschen schwach bewacht, finde ich, für draußen. Das SMI lag richtig. Bin in der Sicherheitszentrale. Bis jetzt hab ich noch jede gehackt. Wenn du Charlie damit verbindest, können wir die Bilder aufs SMI umleiten. Dann suche ich Nuri mittels Gesichtserkennung. Hab ihn, Sam. Er geht rein. Die Balkontür sieht nach einer Schwachstelle aus. Etwas Dunkelheit würde dir den Zutritt erleichtern. Dann müssen wir den Strom abschalten. Gibt's Kameras, die das Anwesen überwachen? Leg sie aufs Opset. Die Zigareteschuppen beim Pool zieht eine Menge Strom. Sicher unterirdisch mit dem Hauptsicherungskasten verbunden. Ich gehe dorthin. Geh durchs hintere Fenster. Ich entriegle es jetzt. Alles so wunderbar ferngesteuert. Ja. Stromversorgung unterbrechen. Aber immer doch. Das könnten wir uns ja auch zur Nutze machen. Ich weiß jetzt aber nicht. Die Stromverbindung liegt unterirdisch. Die kann ja wohl schlecht da oben sein. Gehen wir einfach mal hier runter. Das sieht so cool aus irgendwie. Hier creepen wir so ein bisschen rum. Erkundung. Keine Sache. Gehen wir einen Weg gefunden. Ah, der ist super offensichtlich. Oh, der will sich was zu Futter machen. So eine Küche draußen. Wow, das ist schon cool. Oh Gott, knock ihn aus. Puh, hu, hu. Gilt immer noch als Stealth-Knockout. Zu viel Licht, zu viel Licht. Hier ist überall zu viel Licht. Boah, hier sind viele. Ich bin grad nur beschwert, dass hier so wenige sind. Boah. Kacke, ey. Ich muss noch nicht mal da oben hin. Ah, hier unten drin ist nur einer. Doch nicht. Oh, Hund. Er ist bewusstlos. Neh, mal mit der Ruhe. Ich liebe das, wenn man wirklich in kurzen Moment noch Zeit hat, den auszunocken. So geil. Na, hoffentlich funktioniert das Ding. Telemetrie gut. Kein Leck bei der Datenübertragung. Okay. Versuchen wir's. Warum geht der da nicht selber runter? Zu eng? Sei vorsichtig. Es macht ein bisschen Krach und der EMP macht's nicht leichter. Keine Sorge. Ich pass auf dein Spielzeug auf. Na, auf jeden Fall. Hier rein. Du, 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 du. Du musst nach oben. Ah, je, je, nicht so toll gegen die Wände fliegen. Können wir auch überall hervorknennen, bis das Ding explodiert. Ne, 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 nicht hier lang. Hier ist gut. Okay, wo jetzt? Hier durch? Hier durch. Sam, du näherst dich dem Sicherungskasten. Vor allem, wir haben den Haftschock gehabt. Ich weiß aber nicht, wie viel fliegt. Wie weit das fliegt. Der hat das Ding gesehen. Leck mich, ich hab dich getroffen. Das ist die Verbindung so weit reicht. Wunderschön. Wir haben visuelle Bestätigung. Ist überall dunkel. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf den Opfett. Alles klar. Wir haben sogar eine Person zum Einfangen. Stromausfall. Check den Keller. Du hast ein Problem. Fuckshit. Fuckshit. Das gibt es doch nicht. Oh, der Hund hat dir die Position durchgegeben. Oh, der Typ. Wie viele hier sind. Oh, es sind nur vier. Aber ich konnte schon nerven. Komm schon. Zwei Haftschocker nur noch. Oh, das gibt es nicht. Oh, au. Da sind noch mehr. Ich habe die Situation ein bisschen unterschätzt. Oh Gott, der trägt den, ja. Ich kann hier nicht runter. Ah. Das Ausschalten ist ein bisschen zu leicht irgendwie. Und jetztок. Oh Gott. Das Ausch Boо. Ab créd kab prime.